herzlichen willkommen hier zurück bei apoplay dennis und snooze ich bin mit den besten aussichten überhaupt unterwegs guckt euch an wie schön das ist das werde ich als thomas benutzen nach ein paar minuten pause sind wir wieder hier eingestiegen und thompson ist in letzter folge gestorben unbedingt anschauen aber ihn wenn man sieht wir stehen ja aber es war umhinkbar ihr könnt und unsere beide anzeigen weil so lange thompson gestorben ist haben wir uns hingekämmt im flur und dachten dass er zum guten kommt aber ein scheiß der ist nicht zum guten gekommen der dann schon zu haben der anscheinend viel zu gute sachen um ihr warte wirklich nicht war für screenshot der anscheinend zu bessere sachen um ihn bluten zu gehen ist halt hat den als schlichten was abgeknallt was los kommst du ich bin hier festgebacken zombies von mir und ich komme da nicht draußen ohne das noch ein zweiter jung ich sterbe wieder ich kann ich boxe noch dennis mach aus deiner jacke rex raus und ich nicht kann ich nur inspekt um ein gott ich glaube ich boxe mich durch mein leben hier gerade du solltest rausfinden wo du bist am besten ich werde kratzen warte dennis ich muss ich muss alles durchchecken check raus hier raus hier das ist geil das stimmt nicht so viel krass weil ich dann im personal und da stand irgendwas dass er seinen arm gebrochen hätte aber jetzt ist er wieder weg wir halten alles sauber sie können durch ich weiß nicht wollen wir durchschwimmen oder wollen wir rumgehen Prozent er lässt sich schon weil ich habe in barcode kommt schon wieder ich habe gehört wenn man schwimmt also es war vor allem im Ort so dass man seine Sachen verdienen kann ich habe nur gehört dass man sich auf die Beine bricht wenn man stimmt nicht es wäre auch selbst passiert ich spreche aus erster hand also ich sprich aus vor allem weil ich bin geschwommen und dann wo ein Team ein halber rucksack und das ist ja und das ist ein recht schnapp und das war natürlich nicht so schön aber ich weiß nicht ob das auch ein stand-alone-läschen ist scheiße wenn ein Ego-Perspektive schwimmst sieht der richtig kacke aus wieso wenn ich so wenn ich schwimme sieht das genauso aus als Real Life ne so mit dem Gewehr auf dem Rücken ach so manchmal kannst du durch das Wasser durchsehen ganz klar ich war heute auf dem See auf dem See auf dem See beim See beim See auf jeden Fall Junge das war verdammt mega kalt ey das Wasser keine Ahnung bestimmt 15 Grad oder so wie heute da wo wir auf sind da wo wir auf sind ja da wo wir eigentlich auch immer sind war ich eben mit meinem kleinen Bruder und Junge das war so verdammt kalt alter vor allem die letzten Tage hat es geregnet und das klar das Wetter war nicht gerade so gut also 23 Grad draußen naja eigentlich könnte man meinen das geht noch aber das Wasser war verdammt kalt wo wir waren das war stand ja wo wir waren nichts das war gut wir sind keine Ahnung wie drei Stunden oder so lang durchgeschwommen alter ja ok nicht durchgeschwommen wir waren im Wasser drei Stunden nicht dass jetzt alle denken nicht dass die jetzt alle denken dass wir irgendwie keine Ahnung zwei kopfbreite Oberarme haben oder so ja habt ihr noch mal einen ja nee sogar drei also ich hab drei ja also drei und halb ja mein drittes Bein hat überhaupt vier ja okay 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 jetzt Spaß beiseite fünf nein alles klar Thompson hast du rausgefunden wo du bist Junge im Kuhstall okay das bringt mich ja natürlich sehr weiter Kuhstall ja du bist sehr weit vorne das ist ja da bist du ja voller der Scheiße ich hab mal wie dein Schütz in den Ofen so und dann ist wo bist du äh Alter was bist du so langsam ich hab mein Gewehrnamen gehabt ja was so dachte es wäre die sicheren Gewährung zu laufen endlich noch es gefunden wir müssen einfach Ausschau halten Bauernhof neuer Sogspieler nur lange dort Kompatsch neusten n die Tüchelich und von diesem Schloss mehr ein Führer war Prozent Ambrusse von Nürnberg was für den Socken der Feuerwehrstation so ja nur ist voll die unnützliche Scheiße was und Schülern es und dann muss für die ganze Zeit Bolzen dazu finden das ist nicht so leicht denn ganze die Schossene wieder aufsachen also ich konnte es nicht wenn sie nicht abgenutzt noch eine zweite ja glaubst ja jede Woche nutzt sich ab also nicht mal die Munition diese die man nur schießt und aufhebt ich denke schon aber kann auch bei mir sind die ganzen Schüsse immer weggebracht den kann ich nicht dazu sagen die sind so gut oder aus dem Tor na ab dem Motto macht sie einen Motto kommt und sie aufzummen deswegen da ist er blöd und wird sein wenn wir da abschauen Toms was mittlerweile rausgefunden wo du bist ich war hier gerade so beschäftigt mit hat alles zerstört wird jetzt schon wieder so viel zum buchst du musst schnell herausfinden weil ja ich laufe gleich auf die dings hier runter da ich wollte noch ein bisschen looten weil ich gar nichts habe und auch hunger hat man wusste ich weil ich bin gerade hier in der nähe von so einem kleinen dorf oder was soll man sagen ja okay dann werden wir mit dennis uns schon mal nach tschern begeben wenn was ist ganz für den weg und vielleicht hast du bist auch irgendwo da gespawnt kann sein wie viel zombies alter ne ausgerechnet hier und ohne waffen bin ich erst jetzt eine achse habe ich gefunden ja vor muss ich mich hier zu schlagen mit vier zombies bis zu viel zum nächsten den antrag nr und denn es hast du gegessen also nicht dass du mir so auf dem Weg und um auch gibt ich bin ein Mensch er ist aber ich habe bewusst aber muss war es du könntest auch hier aus dem Teich trinken nr 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 schlussend zum nicht weiter brauchen sich alles kommt durch die wende aber halt hier die bestätige vor dass du krank wirst ne also sind zwar noch nicht passiert aber nr nr ist das schon mal passiert ach so warte ich guck mal vielleicht muss ich ein paar sachen von mir schon wie oft alter blutet nr 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 und ein Soldatnachs ansprüche nr nr in der lüter so dass er auf keinen Ansprüchen für das was ihm gesagt wird ein aber ich bin ein Ried mit der Belästin den der Militär die Billigstilchen gibt es gar nicht ich glaube ich werde hier wieder abkratzen ich glaube ich werde hier wieder abkratzen weil irgendwie ich bin die hatte nur am bluten keine sachen habe ich jetzt alter voll übertrieben ich mach mal so weißt du scheiß man einfach nur ab nach drüßbar ich habe gar keine ahnung wo ich bin würde mich belassen glaube ich nur im kopf nein egal ich habe ja nicht zu verlieren außer mann doch sagen er muss rausfinden wo du bist das ist und wenn du ein dorf bist dann suche nach dem schild ja da war ich auch gar nicht aber ich glaube ich kann sich gleich auch nicht ganz vergessen guck einfach nach dem schild 5 hier stehe ich gern Worte denn es versteht n das aufgängig aus dem Brot Brot kam keine Ahnung was am Ende mit Drucker ein wie er sich sonst so wie das ist es lesen könnte und dann es sucht das auf der Karte ich hab die gerade nicht aufgerufen um dann müsste ich hoffen der Stuttgart okay so dass es kommt wenn wir sie so aus als ob du die Ferngäser an deiner Nase hält ja hallo ich muss ja auch nicht nur was später passiert und an meinen Fernglas muss gestoppt werden die die Sonne Fernglas schnuppert 5 so halten ihr werdet sehen in ein paar Jahren ist das die neue Mode so eine Anmachsprache ein schnuppern halte mit dem kann ich so weit sehen ich hab dich davon Prozent Bewegung voraus okay wir können weiter thompson g bergab und wenn die nächste stadt wir sind offen da hinten ist von schernung diese heulen sache eigentlich was zu essen kommt weil ich wollte kein Screenshot ich möchte ich habe schon genug wird dann was das Screenshot gemacht zu finden und ganz schön ruhig hier zum Beispiel ich mag die Wassereffekte wenn wir sind uns wünschen nur vom wasser die jetzt sehr gut ja mit dem gleichen aus dem schöpfen sowas zu essen von halle ist ich blut und mir jetzt muss ich nur noch irgendwie regenerieren dass ich nicht so sagen so schwach bin ja energizeit schwach wenn ich mir zu essen finden will sagt mir wo du bist und wir finden also falls nicht zu weit weg bist bin ich wirklich sonst läuft uns halt einfach entgegen oder hinterher ich darf jetzt nur weg von ihnen ich darf jetzt nur weg von ihnen meinst du ja ich ruf mal gleich schnell die karte auf naja das meinte ich damals als ich gesagt habe ich bin ich lauf in der luft zwei monitoren machen wenn das gehen will das kackt bestimmt der preps ab kann sein ok denn es hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein warte ich muss was trinken egal ich lass mal so laufen dann jetzt muss ich an der karte orientieren so mal überlegen gucken wir werden außerorts ein bisschen so laufen aber sobald wir eine Feuerstation sehen und eine polizeistation werden wir uns dahin begeben weil Munition wäre nicht schlecht ja und einen Rucksack für dich da war ich hier das ist ja mittendrin glaube ich wo ich bin mh seike oder warte ich bin wunderschönen 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 keine Ahnung war das auch gehört mh alles glöckchen irgendwie bei mir war das glaube ich wieder das kurzem allerdings hier müssen ein Problem machte dass das war ein schuss oder so doch das kann das sein das ist irgendwie ja irgendwie ich weiß was du meinst aber ich weiß nicht wo das liegt das ist mitten zwischen scherner und elektro und dann begebt sich zu cerno kann auch sein dass es das nicht doch nicht das war ich muss noch mal kurz gucken schütteln ich will uns finden okay jetzt ist die fröhlich wieder ein bisschen abkacken und einfach mal in den Himmel das stimmt und dann guckst du wieder auf die Stadt und dann ist auf einmal wieder acht die Mühle Mühle ich weiß nicht aber wenn wir es kurz sein nun kommen wir sind 22 wird sind die Bühne und die solche sind sehr gut ist es will du hast werden so und so weiter er geht das auch noch besser ein bisschen ein bisschen aber auch erst nicht mehr an am ersten nicht mehr er machte die Künftung des Verlusten naja 990 auch nur in 19 8 er ist trotzdem nicht mehr Bösen die Böse trotzdem nicht mehr Bösen wo er genau so gut ist Neuermann ist ein bisschen Postkursen dessen Prozessor Prozent zu zeigen dass man nicht mehr ich habe das im Prozessor 5 okay denn es ist ein Fall ist nicht die Hintertür ne also diese Jahr das ist der Grundstelle ich auch die um Treppe an ich glaube mir zu sehr in den Scheiß wenn die zu viel Flieger zu viel ist nur umfängst von zu kotzen da vergisst das nicht man soll nicht zu viel lassen er hat noch alles gefunden und so zu viel glaube ich ich bin mir wenn es bloß noch was zu trinken er hat sich nichts mehr gut und lässt sich ich würde heute die ganze tun sein sein Knie tut weh nach seiner ersten beiden 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 puste puste und was sagt die Zeit und was sagt die Zeit 18 Minuten 20 haben wir noch ein bisschen Zeit hier Alter Dennis das ist wirklich wie für dich gedacht Alter alles voller trinken ich bin so ein Bier hängig genau jetzt werde ich durstig ich bin mir geblieben nur noch so kürzeln Warten wir auch gucken auf oben auf den Feuerwehrstuhl normalerweise ist sie auch nur Feuerwehrstuhl so durch bis zu ließen und Schöne mir meistens in der Mitte von der Stadt oder ja, aber ich seh dich von hier oben nicht renn nach oben von welcher Etage? In allen? in allen oh, gipsig und Thompson, begibst du dich jetzt zu Dings oder was? ich loot noch ein bisschen, ich muss was zu trinken finden wir wollen ja nicht, dass ich eine Ohnmacht falle jaa das ist wie ein Beckberg und Dennis, ich bin in die zweite Etage aufgestiegen und deckte nur die um die Treppe sag Schade, wenn du da vorbei löst ok ok, ok ich will nicht zu finden du siehst ja mich eh, wie ich aussehe ja, aber aus Reflex, ne? kennst du ja, ich hab die Tür aufgemacht und du hast geschossen ok das ist echt so Eure und zur Sprechette auch üblich, dass letzte Folge hatten wir eine tolle Camper Action und noch dazu denn es hat wie wild durch die Tür geschossen ja ja ne, 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 okay, ich kann mir vorbei alles klar, ich bin schon und ich hab das schon gesehen was? eh, ähm, renn mir jetzt einfach ein Teil okay ok das war das hm? das war das was? was? und er hat muss dann die Füße von zu wo warst du jetzt also wo bist du jetzt dort ich hab's noch nicht jetzt überblickt um das ist nun hier raus die vorsteuerlichen Schild und hier habe ich hier wenn ich jetzt rechts gehen würde das wäre dann irgendwas mit nicht russisch lesen kann schwierig verstehen kann ich und so aber eigentlich selber die buchstaben lesen und so sind eigentlich leicht also kann man sich wirklich obwohl wenn man erst Deutsch gelernt hat und ich weiß nicht ein hier ein gutes screenshot gewesen mit dem Panzer nach von der Schuhe ist die Böse zu und wie gedeckt wird mit ihm m für uns offen das war meinetisches Türen hier auch scheiße Zombie es gut du brauchst du nicht weiter verklappen er ist mir war noch nicht tot nur können man halte ich finde Gott kein Überblick das ist blöd ich vermute dass ich irgendwo mit ich bin oder am Arsch der Welt du hast aber tolle Aussichten sowas habe ich und 20 Euro sie haben auch die Torki vom Jahr so denn es brauchst du Schuhe ich glaube ich habe mich an brauchst du mehr und ich bin wirklich irgendwo da oben irgendwie von der Nähe von Krossen Ostdorf das ist da oben rechts warm ja oh Mist ey scheiße wenn ich jetzt rechts gehen würde 3 Kilometer von Krossen Ostdorf irgendwie so das ist ja am Arsch der Welt da in der Nähe von Solnitschner oder nicht noch weiter ja bereits ja nur glaube ich das Ding hier oh Gott ey also Leute ihr könnt euch drauf gefasst machen dass wir Toms eine Weile nicht mehr wiedersehen oder entweder bringe ich mich um wieder und spawne irgendwo in der Nähe von euch diesmal ja aber Tom du bist doch nicht suizidgefährdet ja weil ich hier gerade wieder nichts zu trinken finde und so ja dann macht selbstmord er verdustet die Idee getriegt gleich da macht er hier unter anderem so lange bist du halt in der Nähe von uns baut und das ist gar nicht witzig ne selbstmord zu machen ist gar nicht so einfach ich das ist die Sache und spiel wenn es halt nicht ich bin ich lieber betrifft so eine Tast einfach selbstmord zu sein und oder bei GTA ich schade als sie sehr verhalten und bald kommt das so raus alter für PC älter Leute können sich schon gefasst machen wir machen wir haben sofort Aufnahmen von PC älter und oh hätten wir auch schon für eine PS3 aber leider geht das schräg nicht ja für PS3 brauchen wir brauchen wir jetzt einen TV scheiß da na kostet ziemlich viel auch ja und wir haben nicht wirklich Bock dafür so viel Geld da lohnt sich auch sowieso nicht mehr ja eben da wir schon auf wird hier bald schon für PC rauskommen und ja wer hat aufgelegt ich nicht hallo hallo ja schon wieder ich war wieder mal wieder gegen Skype kurz ne ok Zeit ist wahrscheinlich um Zeit ist wahrscheinlich um ja ich glaube auch ja schon fast die halbe Stunde alles klar Leute kommt wir verpisten also wir versteckt uns hier Junge Junge ich weiß nicht wo ich bin auch gerade voll mit einem Arsching wo ok du wirst du so lange wir nicht aufnehmen wirst du 50 paar Stunden lang bis zu laufen ja ja mal wieder aber da können wir uns verstecken ja wieso wieso musst du dich unbedingt drauf gehen ja du musst vorsichtiger hoch gehen ja das ist so naja jetzt weiß ich bescheid so Leute ich hoffe ihr hattet Spaß dabei und bleibt fleißig weiter mit dabei hier über der Apo Dennis und Thompson Snooze auch ja schweig schweig haut rein tschau 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 tschau